Nö Mir geht's gut. Ich hab's kaputt gemacht. Jetzt musst du drauf, draufhauen. Piss, ist Strahl. Mach die hinter mir weg. Nice, du könnt ihr nicht. Ruf! Ist das weg? Hab ich gewonnen? Ist das gut oder ist das schlecht? Gib mir, das ist mein Vortex, Scheiß! Ja, aber ich hab den Crafting-Table dafür. Pickup! Es ist gut, wir haben jetzt einen geschafft. Was isch das? Alien-what? Larwe? Nee, Scheiß drauf, wir können eigentlich gehen. Ich will ihn doch töten. Wuuuuuuuakwawawawaa Nein, 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 ich bin nicht. so viele viele vermehren sich ja nein nein hilfe ja das erinnert mich an minecraft im end die schnauze ist doch auch diese fücher in den türmen die deine schwerkraft beeinflussen wir können den bogen schon kraften ich will das machen das ist eine dumm warte ich gebe mal den restlichen vortech-shit nein nein vielleicht kann ich noch was für dich brauche was kann denn das der bogen in dem halt du ja hier warte ich gibt es dir aber am besten soll es einer haben weil es gekürztet ist das brauchst du alle na und ich kann ja noch der bogen ist aber schwächer dann in dem blaster aber warum ist der bogen schwächer der bogen ist besser als der bogen schwächer als mein fliegender schrecken mit dem abhalten der der du und du musst kommen treffen dann geht er richtig ab da wird es um verschieben dann leidung ja nach links da gibt es mal die achte wird er schneller wenn ich treffe oder was rechts bin ich schon weit du kannst mir helfen wir sind auch ziemlich easy kannst du testen sehr schwacher rückschluss 66 es ist frei du musst auch nicht kommen das mach ich ja mann und jetzt kommen wir zu einer der ekligsten ja mann da gibt es so äh ja genau die ich weiß es zu schulern probier den aus sehen die da sind so fiecher die auf seinen kopf ähm einfach nach oben schießen schon wer ist dein Pilar ist schon offen hast du das allein weil ich würde jetzt hier kommen also wenn alles schwarz wird nach oben schießen ich werde schneller je öfter ich treffe ich würde aber ich weiß nicht wohl nach rechts machen wir mehr manpower mehr kommen oder schon bist du fertig ja dann gehen wir alle nach links wo seid ihr ach unten ist ein crafting table ähm wie sieht er aus ähm der ist ungefähr links ist ein linke linke stelle wie macht man die rüstung ich bin ja am liebsten in der luftemtem weil ja und alles dunkel wird nach oben schießen wie meinst du das ja das merkst du schon ich werde wahrscheinlich sterben vielleicht luminite bar die rüstung ist post moonlord japp wie behindert und ich wäre dafür dass wir als erstes magi rüstung machen hätte ich nicht eine rüstung davon bekommen sollen warum habe ich eigentlich nichts weiter bekommen ich habe nur das zeug gegeben und es abgehauen ähm die rüstung müssen wir moonlord items haben mit ressourcen ich dachte man kann mit dem Pilar schon Rüstung und Waffen machen nein da kannst du nur ein paar Waffen machen oh ja das ist doof ja das kann man sagen nur als du stirbst weil es dir gegen die Wand schießt und dich nicht heilt gut gut und ich bin allein schon wer kommst du oder ich bin grad verzaubern aber dann komm ich gut ich hab jetzt meine ein bisschen unbreaking 3 drauf junge so was ist denn das was ich bekommen hab ledermaus starb der ich auch noch nie so selten gesehen holy shit oh ok also da ist dunkel ich soll nach oben schießen jetzt ist nicht mehr alles dunkel hä und was hätte jetzt in den drei millisekunden passieren sollen weil es dunkel war ähm face zack ja the face fickle versteh ich nicht ich hab zwei leben mein drache mein drache mein drache ist sexy ja der drache ist ok jung der macht das jetzt hier alles easy der macht das jetzt hier alles easy guck mal da kommen die viecher angesprungen mit 50 was kann man ja schon der carried jetzt nice kappa kappa ist bald mit der schule fertig krass schon wieder hallo freunde aber ich hab noch so eine Antwort ich hab noch so eine Antwort die drachen dann auch einfach geschwört der andere ist nicht so gut glaube ich der mit den Babys ich weiß es nicht aber ich glaube für Einzelsachen dass wir so viele Mops nimmst den Drachen auch nicht der Patron ist nicht lustig irgendwas war gegen eine besser der macht halt der hat halt 102 Beschwörungsfahrt aber das ist wahrscheinlich langsamer das andere der drache hat 68 bei mir ich hol mich das ist cool ja nice Pilaris ist offen ah jetzt verstehe ich warum der Bogen gut sein soll gegen Bosse kann der was und weil es so ziemlich die beste Fernkampfacht am Spielen ist und dann mach ich gleich eine der krassesten Waffen für Ding also gleich First High Moon oder? ich mach trotzdem die Nevea Blaze die ist sick ich kann sogar beide machen ähm wo ist Cindy? Cindy nee komm mal her theoretisch du gegen alte Gegner und das ist ganz gut für die äh Pillars die Dinger werden umso stärker umso länger sie draußen sind schon wer hast du noch von dir Fragments? wie hat man nochmal dieses Pilzneat gemacht? Pilze und Grünalgen äh ja hast du noch ein paar Fragments? ich würd mir den anderen Helm machen ich glaub Pfeile Damage ist besser perfekt wofür brauchst du denn? damit ich die ähm Stay Dinger mal im Inventar hab weil du brauchst ich scheiß nicht paar Sachen brauchst du also wenn du umkraften willst brauchst halt alle umkraften? für was umkraften? wenn jetzt wir anlagig sind und es wird jetzt im Solar jetzt nur 3 gedroppt oder das Mindeste verstehste? zum Beispiel am Vortex 27 noch übrig kann man umkraften krass gell? und jetzt müssen wir alle nach links und ich würde sagen komm am besten mit dem Teleporter easyy wie mach ich die Pilzneatbaren beziehungsweise wo? da da habs ok und bei dem Filler ist ganz wichtig da mal dass man am Boden bleibt weil sonst ah ja auch nicht der oh oh ja weil sonst Cindy hat die Angst die wirklich gut gegen die anderen Viecher ist ich brauch noch 2 ja der hat ja diese coole Faust mit denen sie wegfüsst dann die Popo kommt ich darf nicht den Metroid auch so Gegner was genau? so sieh ich es ich bin nicht bei euch und ich werde auch nicht zu euch kommen die ekligsten Gegner die dafür dafür kommen Metroids ähm ähm so fette Schlangen die nur am also also tausend Füße die nur am Popo schaden kriegen können ja ich glaube da gab es was ist ein Zelda-Boss ja es gab einen Metroid-Boss da auch so ist ich krieg jetzt schon Aids also wenn ich Musik höre alter ja was ich Musik ist schon schlimm nein nein wer ist? wo kommt der da her? ach nein wir spawnen manchmal random einfach nein 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 ich geh in deine Hütte rein ich glaube so da bist du weg das ist gleich ja komm du hier rein guck mal die meiste Gegner kommen hier nicht rein bis auf die da ohhoho ja komm rein schau her uuuhhhhhh fack ja easy fack aaaah ok oh god oh god hier ist nicht cool hier ist nicht cool ey ist richtig cool jungen ja hier geht's richtig ab äh ich kann das doch was gegen ich bin fast weit guck mal dein dein ach ja dein Lohn ist auch gut gegen die mein Wurm das ist ein Drache das nennst du mein Drache Wurm das ist schon Limp Wurm jaaa aber Limp jaa aber Limp ist auch ein Drache Wurm jaaa oh lol oooohh versichst du hast es gesehen wie er alle penetriert hat guck mal der der nagelt da oben grad auch noch ein voll der Alpha ja james der Schneider nein ich glaube äh Sindi fliegt da rum und da haben wir gespawnt ahja Sindi nicht rumfliegen komm hier rein sonst spawnen er von den ekelen Gegner genau die ja deswegen darfst du nicht fliegen ja er hat jetzt gelernt weil ich könnte ja eigentlich rumfliegen weil mein Drache macht das ja und du fragst ja ich glaub ich hab alter 1 1 2 1 2 2 2 2 ich geh gleich so hart kacken alter das ist ich will hier nicht mehr drin sein das ist mach die Tür auf ja guck sind hier genau die Spam ja genau perfekt du bist ein Gott nee wenn ihr irgendwas ok ich hab jetzt bessere Pfeilen die Damagis du musst dich bei den Bötteln aufhalten weil dann wenn da so ein Vieh reinkommt alter dann ist Feierabend Junge ich sag's dir ich bin alle freunde wo bin ich nein nein Terminus nein wieso das ist muss ich da rein nee das bleibt bitte hier drin passt so als hätte er die letzten 10 Minuten nicht zugehört ja ich war nicht da nein das ist ja schon offen nein fast ich sehe aber nicht so dass es aufgefühl machen ja ah jetzt nice ist offen Jungs rein yeaten ja ich komm nicht durch die Tür nächste Endpost die Tür da kommt Moonlight easy bodenpower das ist ungefähr so 3 Minuten dann ähm dann ist richtig die Pfade am Start hey dann geht die Welt um ja gut ähm ja jetzt krafte Lust noch hoffentlich irgendwas Usual im Spezialtränke da sollten noch genau Ausdauertränke sind und rechts da kann man sich ein paar wenige nehmen so oh Gott ja komm dann nehme ich mir Daybreak Junge dann geht's richtig ab wir haben nichts ist uns schützt vor dem Laser außer vielleicht die Schwum wir hätten uns vielleicht noch äh Ding machen können ähm Farm die Gründer beim Schwumdingen ist das immer bisschen sicher oder 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 ach wir machen den einfach ich hab 60 verteidigungen oh Gottlie oh ich hab ein Gottlieb Daybreak Junge da jetzt geht's auf ähm wir haben einfach hochgehen und ähm kommt mal alle rüber du mach recht holt euch die Bass von den Dingern hab ich schon wunder Punkt wo wollen wir kämpfen ja oh oh drei Minuten ähm drei Minuten oh 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 ähm wir müssen die Hände wir müssen alle am besten alle Sachen gleichzeitig töten ach so ja am besten nur an Hütten gehen einfach ja am besten fliegt ihr auch was es ich will ja ja ich bin da auch totes dann komm ich halt zu schon wenn er meint er ist besser ja ha ha jetzt wirst du gelutscht ja was ich nicht wenn mal gezündet wird nicht heilen äh wo gehst du denn hin ich mach den jetzt solo okay ja der kommt schon zu euch wenn alles richtig ist toll toll geh mal in die andere Richtung was ist ich bin die Schilder komm mal zu euch in die Richtung naja naja ich heil nicht gerade oh nein nicht am Göblis nicht am Bonfire hingetan ähm der bug bei mir ganz hart ja ich kämpfe auch mit ey da ist er ja da vielleicht kämpfe ich wirklich auch mit und wenn sie weiter den oben aufwacht fokussen wir können gar nicht fokussen oh Gott ich sehe nicht mehr zu tun wir können nicht in seinem Leben es ist dunkel ich kann mich noch daran erinnern als ich der Auffang war ähm ja die Dördbrücke macht richtig Spaß irgendwie funktioniert das nicht so wie ich das will ja nicht so ganz oh oh uh mein Drache kommt auch nur zum Gegner so wirklich ja man ich komm zum OG Lutz alter Opa Gandalf Opa Gandalf Opa Gandalf Opa Gandalf Opa Gandalf Opa ich geh wieder ich hab den Nutsch bekommen nein ach du scheiße wer hat denn das ausgemacht hey Nurs wie gehts ja komm oh geil man danke das hab ich gebraucht was er denn AHHHHH soll ich vielleicht doch die anderen holen ich glaube ich sterbe OHHHHH Hilfe höh kämpste so gesehen gegen den letzten Boss Mackmankey JeIN Ne also wir kämpfen nicht das Alter wenn der mondlord nämlich das Prisma fallen lässt wird sind die der letzte Boss also ja eigentlich schon ja ja macht ja pause kurz ja ja ich mach den drachen weg ich glaubte ist hier nicht so gut die anderen vier sind hier schlauer weil die teleportieren sich zum gegner ist schöner tag heute was machen wohl meine freunde so ich teleportier mich mal hin es war ich glaube ich ziehe mir wieder den Helm an der Bullet Damage macht äh ja ich hilfe ich gehe mal zur Stunde oh god Link ist schon Link ist schon kaputt Aua mach dein Eugend auf da 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 oh shit Komm Daddy Warnterreion soweit Cindy benutzt nicht die Kugeldinger benutzt die Fall Fist Wir waren schon im letzten Stream soweit dann hab ich das geilste Geil Item der Welt bekommen und dann irgendwie alles gelöscht Jo links und oben Hab ich da meinen neuen PC bekommen? Ist der Moonlight weg wenn Lust jetzt stirbt? Ähh ja wie viel Leben? Ne der teleportiert sich über die ganze Map Achso. Weil solange einer irgendwo lebt ist cool. Sollte ja. Ja. Hallo. Lass mal heilen. Oh, wo sind die denn? Woan? Hallo. Sicher, dass das linke Auge kaputt ist. Bei mir ist das noch da? Bei mir ist das auch noch da. Nein, das ist am kaputtesten. Na, das ist zuerst, ja. Kaputt. Ja, das rechte jetzt. Ja, ich gehe gerade auch das rechte jetzt. Oh, aber ey, pass auf. Der wollte eh du haben. Der hat nicht die Eduard. Das finde ich aber nicht gut, das wird doch weh. Ja. Ich kriege die ganze Zeit von irgendwas komischem, der Mensch. Ja, ich kann nicht ganz ausmachen von was. Ich glaube, ich kann mich teleportieren. Und was geht das? Oh nein, 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 nein. Oh, Gott. Das habe ich nicht gesehen. Ja, wir können auch hier drin halten. Nein, nicht die rechte Hand. Nein, nicht die rechte Hand. Nein, 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 nein. Au, das war die linke, du. Die sind jetzt beide halb kaputt, oder? Oder was? Ja, ich bin tot. Das mittlere hat noch so viel. Oh, nee. Es wird die Menge. Ganz klein, dass man als Magier mehr Verteidigung hat? Oder wieso bin ich als Magier gefühlt weniger gestorben das letzte Mal? Weil du Heilung gehabt hast. Und weil der Tank obersexy war. Ja, Mann. Sind die Hörte endlich aufzuzucken. Oh, ich bin stolz. Darf ich bitte wieder mitspielen ins Spiel? Ja, cool. Ähm, die Dunkleit in unserem Haus ist nicht gut, oder? Ja, ja, ich bringe gerade weg. Okay, ich komme dir hinterher, mein Freund. Oh, Junge, was für ein Geschmack denn? Luigi, der Maler. Der darf nicht sterben. Ah, ich bin so oft drauf. Wo sind wir denn? Er hat mich gelutscht, bevor ich ihn überhaupt sehen kann. Mein Auge ist tot. Oh, ja. Ich sehe nichts. Wo sage ich denn? Ist er bei Lutz? Ist er bei schwer? Nee, er ist bei Lutz. Er ist bei Lutz. So, okay, jetzt ich... Ah, okay. Ersterlicher Mann incoming. Okay, der obere ist damage fressen. Ach, du Läserhai. Ja, deswegen sollten wir die Kleinen nicht machen, weil die machen auch so coole Läser. Oh, oh. Ich sterbe einfach. Okay. Als Nachkämpfer ist er sein. Nein! Alter, glaube ich. Ich bin ein Lindwurm. Aua.